und herzlich willkommen zurück mein Leben wollen ich nehme diese Woche direkt im Anschluss auf weil ich gerade mächtig Bock hat Crow den Arzt zu vertreten Prozent versorgen Linus ist Kacke das ist unter dem Tja damit wären wir einer weniger zumindest konnte Horace mehr sagen wie wir kaufen ja aber sind wir denn schon so weit gegen seine Flotte in die Schlacht zu ziehen solange unsere eigene Flotte noch nicht einsatzbereit ist würde ich mir das gut überlegen das wird schon Aumann wenn wir Crow begegnen wird er uns gehörig den Arsch versohlen m Nein wir stechen noch nicht in dem Crow zu töten gut dass wir da eine Auswahl hatten ich dachte schon wir hätten keine Auswahl wir wollen nämlich erst ein paar Prozent Allianz mit den Piraten machen wieso die Frage ist was sagt der Kapitän äh der Kälte was heißt der Kapitän der Kälte oben wir sind ja hier ready eigentlich was sagst du denn was sagst du denn ja wir sind leidig wir laden dort noch zur Piraten Allianz schieß los die Magier werden uns unterstützen oh nun das ist in der Tat eine große Verstärkung und eine Ehre für mich aha und ich dachte immer du glaubst nicht an ihren Hokuspokus das habe ich so nicht gesagt es ist etwas anderes wenn sie auf unserer Seite kämpfen mir flog schon der eine oder andere Feuerball um die Ohren wenn dir das Fell brennt fragst du nicht mehr dann glaubst du es einfach gute Arbeit weiter so nimm dieses Gold das hilft dir hoffentlich die Crew der Magier Galleone zu versorgen mhm vielleicht wir haben ein Schiff der Inquisition ha das ist gut doch wer soll das Schiff führen haben wir denn genug Männer nein das machen sie gefällig selbst du hast einen Trupp Soldaten der Inquisition in unseren Hafen geführt bist du denn des Teufels entspann dich die Jungs sind auf unserer Seite Mann Mann was sind das bloß für Zeiten ach na schön hier hast du das Gold für die Versorgung der Crew ich hoffe für uns alle dass ich das nicht bereuen muss mhm hoffe ich auch haben wir nicht langsam mal genug Schiffe im Hafen die Stadt quillt ja bald über eine stattliche Flotte hast du da soll mich der Teufel holen wenn wir damit nicht etwas ausrichten können setzt eure Segel und stellt euch dem Kampf gegen Crow und seine Geisterschiffe du bist nun der Anführer einer mächtigen Flotte du wirst sie in die Schlacht führen in einen Kampf auf Leben und Tod viel Glück mein Junge wir haben es geschafft wir können uns habe ich eigentlich nicht erwartet dass wir schon fertig sind aber wir können uns nun Crow stellen und das machen wir auch gleich ich mein warum noch warten wenn wir den Kerl direkt ausrotten können und so viele Schiffe wie wir haben bestimmt 4 Stück sind es insgesamt an Bord werden wir es doch wohl schaffen ich speicher vorher nochmal ähm einfach weil ich es kann wisst ihr Leute einfach weil ich es kann in See stechen äh nicht in See stechen Crow's Geister Flotte mal sehen wo wir stehen alle Kristallportale sind zerstört meine Flotte ist jetzt groß genug es wird Zeit dass wir diesem Geister Kapitän auf die Pelle rücken ok ja dann so jetzt ist es soweit auf in die Schlacht oh ich hab Angst döm 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 Körber gehört mir und wer sich da noch daran erinnern kann das hatten wir schon in der ersten Folge erlebt und nun spielen wir sind Realität und wir werden diesen Geisterkapitän den Gar ausmachen Wow Ha 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 wenn ich da noch sein kann das war ganz der Anfang von diesem Spiel so hat alles begonnen und so endet es nun auch Scherge Nummer 1 3 ich hab zwar als zweite Waffe keine Pistole aber Yolo Yolo einfach weil ich es kann diese Scherge ist auch tot nun Patti rett mir dich oh gut gemacht Hallo Patti Danke für die Hilfe und zack komm du scheiß Scherge öh was hat die Scherge jetzt gemacht die hat sich gewehrt ich sag ja scheiß Scherge 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 jetzt jetzt kommen wir mal her zack und du bist auch down und und nun Crow hier komm her ich scherge scherz wir haben die die besten Kampf der Welt in einer Ecke gegen die Piratenkapitän und auch Geister in Europa Crow tot in der Ecke in der Ecke in der Welt in der Ecke in der Welt wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir haben Crow besiegt das war wohl der Ecke den ich je gekannt habe haben wir extra viel Mühe gegeben jetzt steht glaube ich nicht mehr viel an Crow ist endlich besiegt das war ein hartes Stück Arbeit ja aber es hat sich gelohnt auf Crow's Seekarte ist die exakte Position der Totenkopf Insel eingezeichnet dort hat das ganze übel begonnen ich wette dort werden wir auch nekrolot finden wir sollten uns rüsten und unserem Feind endgültig den Garaus machen also ich wäre bereit jetzt hält uns nichts mehr auf mh mh sieht so aus als hätte ich einen guten Schamanen gefunden Hiruto ist offensichtlich das finde ich geil lol wird es nicht mal wieder Zeit deine Crew zu inspizieren Leute so wie es aussieht wird das bald das Ende sein wir werden jetzt so wie es aussieht auf die Totenschädelinsel Dingsbums da kern die sich da befindet und werden damit wahrscheinlich alles dann sein Ende nehmen wie gerade unser Freund schon gesagt hat naja das sehen wir erst in den nächsten Folgen kann ich euch jetzt noch nicht so viel versprechen ich hoffe euch hat es bis jetzt gefallen haut auf jeden Fall rein lasst auch eine positive Bewertung da wenn ihr euch auch freut so wie ich dass wir es bald geschafft haben und naja Leute heute adios wir sehen uns nächste Folge wieder und dann sehen wir hoffentlich wie lang das ganze noch geht haut rein macht's gut und ciao